Ist dir irgendwo im Grünen mal ein netter Mann erschienen, dem du solche Neigung schenkst, dass du bald an Heirat hängst und an eigenes Heil? Ob durch Zufall aus Versehen dir dies große Glück geschehen, jeder nimmt dich gern zur Braut, wenn du zu ihm sagst recht laut. Komm mit zu Möbelhübner, den jeder Käufer bies. Es macht dir Möbelhübner das Heim zum Paradies. Er macht uns leicht, den ihr Spritt, er lagert ein, er gibt Kredit. Komm mit zu Möbelhübner, nur Feuerstraße führt der Weg zum Glück. Schön war es mit Hildegretchen und den anderen lieben Mädchen. Aber Freundchen mit der Zeit macht sich die Erkenntnis breit, das ist nicht das Glück. Schluss, denn das kann dir nichts nützen. Mal ein eigenes Heim besitzen, das hat Sinn noch allemal, sagt so schönsten deiner Fall. Komm mit zu Möbelhübner, nicht morgen, sondern gleich. Es hat der Möbelhübner ein großes Möbelreich. Und was du suchst, ist sicher dort. Tja, Hübner bringt's an jeden Ort. Komm mit zu Möbelhübner, nur Feuerstraße führt der Weg zum Glück. Onkel, Schwäger, Schwestern, Brüder, ja sogar die Tante Frieda, sind schon bei der Küche platt, weil sie Rundfunkanschluss hat. Möbelhübner, der versteht's. Und du wirst recht gut bestehen, wenn die Gäste all das sehen. Da fühlt man sich wirklich fein, freu, die stimmen alle ein. Ja, ja, bei Möbelhübner, da kauft man preiswert ein. Ein Heim von Möbelhübner, das gibt euch Sonnenschein. Mit bloßem Lob ist nicht getan. Geht selber hin und zieht's euch an. Komm mit zu Möbelhübner, nur Feuerstraße führt der Weg zum Glück. Komm mit zu Möbelhübner, nur Feuerstraße führt der Weg zum Glück. Komm mit zu Möbelhübner, nur Feuerstraße kommt der Weg zum Glück. Komm mit zu Möbelhübner, nur Feuerstraße kommt der Weg zum Glück. Vielen Dank.